Tut mir leid für die Verspätung. Mein Wecker hat vergessen zu klingen. Oh, frag mich, Alter, ich hab wieder verschlacht. Junge, jedes Mal dasselbe, Alter. Was soll ich machen, Alter? Ich sag dir Mercedes, Bruder. Nein, BMW. Bruder, Mercedes, BMW. Bruder, 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 Bruder. Bruder, 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 Bruder. Bruder, 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 Bruder. Bruder, 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 Bruder. Könntest du mir helfen? Was für sie? Wie alt bist du denn? 25. 25?! Wie alt bist du denn? Du könntest mein Onkel sein. Du bist 14. Du könntest mein Sohn sein. Ja, ich glaub du bist zehnmal sitzen geblieben oder so. Ja, Krise, ne. Ja ey, aber egal, ne. Soll ich es vorne? Ja, du? Tja, so eine Dusch. Was ist das? so wer will mir die aufgabe wird sie lösen irgendwelche freiwilligen achmet kommen wir mal nach vorne tu mal ein bisschen was für deine mögliche note ja ahmet wird das noch was heute das ist so ein trick ihr wisst nicht wen ich gezogen habe ich hab ronaldo 100er karte ich bin slide einfach raus warum ich die reden doch die ganze zeit Junge Alter, halt die pretze, Junge, bitten euch, Alter ey Bruder hast du Blatt für mich? schon schön, vielleicht noch so nen Kugelschreiber oder so Bruder, kann ich deinen Taschen rechlauen? ey, hast du vielleicht noch was zu essen? Bruder, nimm nimm naja Hi und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über Ghana, Ghana. Wir machen das auch gar nicht, um unsere wirkliche Note zu verbessern, auf keinen Fall. Hey Jungs, wer hat die zwei verarscht, sag mal ehrlich. Wir sind doch im Matheunterricht, ja? Wir machen eben bei Ghana Präsentation, Mann. Ich muss sagen, die haben geile Trikots, ne? Gelb-Schwarz-Handler. Aber das sind schon Frischos. Dankeschön fürs Zuhören. Hat jemand noch Fragen oder so? Keiner? Ah, okay. Ach wenn, deine Hausaufgaben? Kleinen Moment, Herr Lehrer. Also, ich habe sie auf jeden Fall gemacht, gestern Abend. Aber, nur einen Moment. Hier irgendwo müssen die sein. Wird das heute noch was? Ich schwöre, ich habe sie gemacht. Wirst du, dass du die hast? Ah, ich weiß wo die sind. Mein Hund. Der hat sie gegessen. Ich schwöre. Ich schwöre, der hat sie gegessen. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Herr Lehrer. So, wir überprüfen jetzt die Anwesenheit. Dennis. Hier. Eray. Hier. Murat. Ja. Ahmet. Der fehlt schon wieder. Der Typ macht mich doch wahnsinnig. Herr Lehrer, Sie haben die Hausaufgaben noch gar nicht kontrolliert. Junge, dein Ernst? Was stimmt mit dem nicht? Was ist los mit dir? Junge, was ist los mit dir? Ja, behalte das für dich, Alter. Schule ist zu Ende. Warum? Hast du das hier nicht gemacht, oder was? Bruder, ich... Ey, du bist so ein 31er, ne? Ey, Bruder, ich habe einen miesen Schein fürs Wochenende. Zeig mal, Bruder. Bruder, lass mal das Menü weg da. Ich gebe dir einen krassen Tipp, Bruder. Gana, dritte Liga, FC Ghana 07. Bruder, was laberst du da, ja? Safe, Bruder, Vertrauen geben. Bruder, du hast keine Ahnung, ja. Ja, Bruder, ich sage safe. Bruder, hinten. Was will der von uns? Herr Lehrer, wir müssen zur Schulmannschaft. Ey, Jungs, ich habe noch gekussiert. Ja, aber Gana, Dicke. Ich werde dir auch verhandeln, Dicke. Gana, Dicke. Gana, Dicke. Auf Jungs.